Hallo, hi, oder wie die alten Römer sagten, salve. Im nachfolgenden Video werden wir uns mit der Adverbbildung bei Adjektiven der dritten Deklinationsklasse beschäftigen. Was du von vornherein beachten solltest, ist, dass du stets darauf achtest, die Genitivendung zu den Adjektiven zu lernen. Außerdem solltest du bereits die Steigerung der Adjektive beherrschen und ebenfalls eine gute Voraussetzung, um dieses Video zu verstehen, ist die Adverbbildung bei Adjektiven der A- und O-Deklination. Adverbien werden auch als Umstandswörter bezeichnet, weil sie ausdrücken, auf welche Art und Weise etwas getan wird. Sie stehen beim Verb und sind auch an dieses gebunden. Sie werden von den Adjektiven abgeleitet. Adverbien können genau wie Adjektive gesteigert werden, vom Positiv, der Grundform, über den Komparativ, die Vergleichsform, bis hin zum Superlativ, der Höchstform. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com